DW Deutsch lernen mit Nachrichten Donnerstag, 16. August 2018, 9 Uhr in Deutschland. Soforthilfen in Höhe von 5 Millionen Euro für Genua. Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat die italienische Regierung einen zwölfmonatigen Ausnahmezustand in der Hafenstadt ausgerufen. Bei einer Krisensitzung des Ministerrates sei außerdem eine Soforthilfe von 5 Millionen Euro freigegeben worden. Das sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Regierung gab unterdessen dem Autobahnbetreiber die Schuld an dem Unglück. Die Brücke sei eingestürzt, weil Wartungsarbeiten nicht erfolgt seien. Dem Autobahnbetreiber drohte die Regierung mit dem Entzug seiner Lizenz- und Strafzahlungen. Die Zahl der Todesopfer stieg derweil auf mindestens 39. Kritik und Unklarheiten im Fall Sami A. Nach dem Urteil im Fall des zu Unrecht nach Tunesien abgeschobenen Islamisten Sami A. geraten die zuständigen Behörden in die Kritik. Nordrhein-Westfalens ranghöchste Richterin Ricarda Brands sieht das Vertrauensverhältnis zwischen Behörden und Justiz beschädigt und macht der Politik schwere Vorwürfe. In NRW forderten erste Oppositionspolitiker den Rücktritt von Integrationsminister Joachim Stamp, FDP. FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki sieht die Schuld hingegen vor allem bei den Bundesbehörden und wirft Innenminister Horst Seehofer, CSU, Versagen vor. US-Zeitungen protestieren gegen Beschimpfungen durch Trump. Mehr als 200 US-Zeitungen wehren sich in Leitartikeln gegen die Attacken von Präsident Donald Trump. In ihren Beiträgen beziehen sie Position gegen die Anschuldigung Trumps, Fake News zu verbreiten. Aufgerufen zu der Aktion hatte die Zeitung Boston Globe. Freie Medien durch staatlich Kontrollierte zu ersetzen, sei stets eines der ersten Ziele eines korrupten Regimes bei der Machtübernahme in einem Land, schrieb der Globe. Trump verbreite unter anderem die Lüge, dass die Medien, die seine Regierungspolitik nicht unterstützten, Feinde des Volkes seien. Trump entzieht Ex-CIA-Chef Brennan Sicherheitsgenehmigung US-Präsident Donald Trump hat dem ehemaligen CIA-Chef John Brennan seine spezielle Sicherheitsgenehmigung entzogen. Das teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders in Washington mit. Trump begründete den Schritt damit, dass Brennan seinen Zugang zu vertraulichen Informationen für negative Äußerungen über die Regierung missbraucht habe. Zudem werde seine Objektivität und Glaubwürdigkeit durch seine Vergangenheit infrage gestellt. Brennan war unter Trumps Vorgänger Barack Obama CIA-Chef und gilt als scharfer Kritiker des amtierenden Präsidenten. Ex-Präsident Lula kandidiert für Präsidentenwahl in Brasilien. Die linke Arbeiterpartei PT in Brasilien hat den inhaftierten Ex-Präsidenten Luis Inacio Lula da Silva als Kandidaten für die Präsidentenwahl eingeschrieben. Mit Demonstrationen und Kundgebungen unterstützten am Mittwoch rund 10.000 Anhänger Lulas Bewerbung. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass der populäre Ex-Präsident bei der Wahl Anfang Oktober antreten kann. Wegen Korruption sitzt Lula gerade eine zwölfjährige Haftstrafe ab. Ausgerechnet ein von ihm selbst eingebrachtes Gesetz verbietet die Kandidatur von Vorbestraften. Soweit die Meldungen von Donnerstag, dem 16.08.2018. Drei Meldungen von Donnerstag, dem 16.08.2018otz